Hallihallo, der André aus dem Autoladen. Ich darf euch heute hier einen Neuzugang vorstellen. Es handelt sich um einen Audi A3 1-Tierer TSD Spokeback. Der hat fünf Türen und wird in der Kategorie beim Audi A3 als Compi gelistet. Wir haben hier ein 2015er Auto mit 59.000 km gelaufen. Das ist ein Benziner mit 150 PS und hier handelt es sich um ein Fahrzeug, das als Facelift bei uns zu bekommen ist. Man sieht es an den neuen Scheinwerbern von hinten. Der ganze Innenraum ist ein bisschen neu gestaltet, das gucken wir uns gleich mal an. Wir haben hier vorne den Motorraum schon auf. Das Fahrzeug ist unaufbereitet. Das heißt, der Motorraum wird auch so bleiben. Warum ist das so? Oder warum machen wir das so? Wir wollen für euch als Kunden das ganze so transparent als möglich machen. Das heißt, wenn hier wirklich irgendwas austreten sollte, man kann hier mal rein, die Amelie hinter der Kamera kommt einfach mal mit, leuchtet oder filmt mal ein bisschen hier rein. Wenn irgendwas austreten sollte, würde man das jetzt auf dem Video auch sehen oder du als Kunde würdest das auch sehen. Ich persönlich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ich irgendwo ein Fahrzeug zukaufe, was aussieht wie, als könnte man aus dem Motorraum essen. Da habe ich immer ein schlechtes Bauchgefühl. Deswegen machen wir das so transparent als möglich. Natürlich, wenn der Kunde das Auto dann kauft, machen wir das natürlich noch mal sauber. Aber so ist es im Listzustand, wie es vom Vorbesitzer sozusagen bei uns abgegeben ist und ihr seht, dass wir in dem Sinne nichts zu vertuschen haben. Wir gehen mal ringsherum. Machen wir das Häufchen wieder zu, dass man die Brand vielleicht auch noch mal richtig sieht. Das Misano Rot, du weißt die Farbe vom Auto, steht dem eigentlich sehr gut, dem Kollegen hier. Doch die Applikation wieder alles in Schwarz gehalten. So eine Schwarz-Rot Kombi, passend zu meiner Jacke, gefällt mir selber gut. Ich persönlich mag auch rote Autos, weil die sind von der Pflege eigentlich relativ unkompliziert. Einmal im Monat waschen und dann sieht das Ding aus wie neu. So, wir gehen mal gucken, was uns hier so schönes alles erwartet. Ich gucke immer ein bisschen auf die Reifen. Was ist hier drauf? Wir haben einen Kontinental-Reifen drauf. Das lässt ein bisschen auf den Vorbesitzer schließen, dass der sein Auto eigentlich gepflegt hat, also hat er keinen billigen Schrott verbaut, sondern wirklich einen ordentlichen Reifen. Das ist für mich auch der einzigste Kontakt zur Fahrbahn. Daran solltet ihr auf jeden Fall nicht sparen. Also wenn ihr euch überlegt, so ein Reifen in 18 Zoll, wie es jetzt in dem Fall ist, kostet vielleicht so 100 oder 120 Euro. Das gibt es auch in Billig für 70, aber die 50 Euro Differenz würde ich persönlich auf jeden Fall ausgeben. Die Amelie kommt ein Stück näher. Wir gucken uns mal die Bremse an. Die sieht relativ neuwertig aus. Also hier ist kein Grad, kein gar nichts. Also kommt da in der nächsten Zeit auf jeden Fall nichts auf euch zu. Wir gucken mal in den Innenraum. Oh, der ist auch wirklich schön. Wir haben hier die Teile der Spuksätze drin. Das heißt in der Mitte ist Stoff. Am Rand ist Leder. In der S-Line Variante mit der Logoprägung in den Sitzen. Wir haben ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Wir haben das Sportlenkrad verbaut. Fahrlichtautomatik. Das MMI, das zeige ich euch mal. Das fährt bei dem hier in der Mitte vom Cockpit elektrisch raus. Ich drehe ja mal die Zündung an. So. Da kommt da der Kumpel aus dem Atomrad rausgefahren. Sieht für meinen Geschmack auch sehr schick aus. Ist einfach zeitgemäß sozusagen. Schön aufgeräumt im Innenraum. Sind nicht zu viele Knöpfe verbaut, sodass das Ganze auch übersichtlich ist. Sitzzeit zum Klimaautomatik und so ein paar Spielereien sanatorisch mit an Bugglies sein soll. Hinten drin haben wir Isofix. Für die, die es nicht wissen, was es ist. Das ist eine Kindersitzverankerung. Da gibt es ganz viele Kindersitze, wo man den Sitz einfach reinschiebt und der dann sozusagen verankert ist. Ohne dass man hier irgendwelches Rumgewirsche mit dem Gurt hat sozusagen. Das geht relativ easy. Die Mittelarmräne haben wir mit dabei. Sehr schön auf jeden Fall. Das kannst du vielleicht von oben oder von unten filmen. Der Frühling steht vor der Tür. Wir haben ein großes Panoramadach verbaut. Das geht auch komplett zu öffnen. Da lasst ihr euch mal ein bisschen Wind um die Nase wehen. Für mich persönlich auf jeden Fall ein Kaufargument für das Auto. Der dunkle Dachhimmel, der ist serienmäßig beim S-Line Paket mit dabei. Dass das alles ein bisschen stimmig aussieht. Kauferraum. Ist für meinen Geschmack für die Fahrzeuggröße sehr Golfklasse. Motorrad. Man kann die Sitze hinten komplett umlegen. Hat man hier eine ebene Ladefläche. Ansonsten auch nochmal einen doppelten Ladeboden. Es wird, ich glaube ab 2008 oder 2009 oder so, hat man kein Ersatzrad. Also bei uns in Deutschland ist ja keine Ersatzrad Pflicht. In Tschechien zum Beispiel ist das anders. Dort müsst ihr einen Ersatzreifen dabei haben. Hier haben wir ein Kompressor Kit verbaut. Das können wir vielleicht mal in einem anderen Video noch näher erläutern, was das ist. Wie das funktioniert. Ob das funktioniert. Ob das gut ist oder nicht. Sei mal dahingestellt. Ich persönlich bin ein Freund von einem vollwertigen Ersatzrad. Aber hier ist jetzt in dem Fall ein Kompressor Kit drin. Ansonsten natürlich auch hier nochmal viel Stauraum. Wenn ihr irgendwo in Urlaub fahrt, könnt ihr die ganze Mulde hier unten auch noch befüllen. Hinten dran haben wir Park-Sensoren. Oben drauf eine schwarze Dachreding. Die ist schön abgesetzt. Wieder zu dem Rot. Also insgesamt wirklich ein sehr schönes, multifunktionelles Fahrzeug. Mit allen Gimmicks, was so zeitgemäß ist. Wir haben auch noch einen Spurwechselassistent, wie ich gerade sehe. Die S-Line Prägung nochmal auf den Zierleisten im Einstieg. Das sieht sehr schön aus. In Summe wirklich ein sehr schönes Fahrzeug. Der wirkt auch sehr frisch. Also das Facelift vom alten zu dem A3 wirkt für mich sehr modern einfach und sehr sportlich. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst uns gerne ein Like da. Teilt das Video. Ihr könnt gerne Leute darauf verlinken, die vielleicht so ein Auto suchen. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns kontaktiert. Also wenn ihr Interesse am Auto habt. Scheut euch nicht uns anzurufen. Vorbeikommen könnt ihr leider gerade nicht. Aber wir sind via FaceTime oder WhatsApp Telefonie für euch erreichbar. Und können jede Frage, die ihr zum Fahrzeug habt, natürlich beantworten. Wir haben auch eine kleine Grafik bei Mobile hinterlegt, wie es vom Ablauf her wäre, wenn ihr euch online für ein Fahrzeug entscheidet. Wie gesagt, falls irgendwelche Fragen ungeklärt sind, meldet euch bei uns und danke erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Sollte Idk. Untertitelung des ZDF, 2020